Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Minecraft 1.8 Test-Server. Ich habe mich jetzt gerade mal alleine hier eingeloggt, denn die anderen sind gerade ein bisschen beschäftigt. Und ich muss mal gucken, was wir jetzt hier so bauen können. Also ich habe jetzt schon wieder Level 11 und ich wollte jetzt eigentlich mit euch zusammen mal gucken, dass wir so ein bisschen uns darum kümmern, dass wir den Zaubertisch und die Sachen bauen. Und mal gucken, ob wir dafür alles zusammen bekommen. Obsidian habe ich dabei, das habe ich unten abgebaut. Mit meiner Diamant-Spitzhacke. Wo ist die eigentlich? Ich bin mir doch in der letzten Folge in meinem Zimmer. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt und die Frage ist jetzt... Moment, muss ich was machen? So. Musik nochmal zurücksetzen. Gut. Wo ist meine Spitzhacke? Hier ist schon mal so ein Stand. Stand. Ist schon ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Wo ist meine Spitzhacke? Ich weiß es nicht mehr. Na gut, also wir haben ja eine ganze Menge Material jetzt hier gesammelt. Und gucken jetzt erstmal, das muss ich alles mal hier rauswerfen. So, das muss raus, raus. Dann haben wir hier in den Öfen bestimmt noch was drin liegen. Hier kommt das Silber schon mal rein, äh, das Eisen schon mal rein. Die kommen hier rein. Das ist noch ein Hühnchen. Was haben wir denn hier noch zu essen drin? Ne, das nicht. Das kommt noch hier rein. Hier ist Eisen. Und da muss noch Kohle rein. Kohle, Kohle, Kohle. Können wir auch gleich mal nachfüllen. So, was ist hier drin? Normale Kohle. Und das ist auch schon durchgelaufen. So, dann haben wir hier auch normale Kohle. Hier unten, da kommt auch einmal ganz normale Kohle rein. Und hier im Glas, dann machen wir noch mal ein bisschen Kohle dazu. So, dann legen wir das hier rein. Hier so ein bisschen unsere wertvolle Kiste, ja. Essen mag, glaube ich, hier oben. So ein bisschen Essen behalten wir uns. Und wie sieht es denn jetzt mit Fackeln aus? Hier sind noch 13 Fackeln. Das ist aber nicht sehr viel. Ich mach erstmal mal ein Inventar leer. So. Wir brauchen... Oh, hier sind auch Diamanten. Wir brauchen... Erstmal... Einen Zaubertisch. Und das funktioniert folgendermaßen. Ne, wir brauchen noch ein Buch. Genau. Hier auch für den Bücher nochmal. Ähm... Zuckerrohr. Kein Zuckerrohr. Das ist jetzt merkwürdig. Wo ist denn das Zuckerrohr hin? Dann müssen wir noch ein bisschen was ernten hier. Zum Glück haben wir ja noch genug angebaut. So, wir hatten ja hier großflächig das Zeug angebaut, damit wir jetzt hier schön arbeiten können. Ich vermisse natürlich meine Karte hier so ein bisschen. Ich kann mich so ganz richtig orientieren. Ich hab wirklich viel Zuckerrohr angebaut. Ach du meine, wie das hört überhaupt nicht aus. So. So. Oh, dich nehmen wir mal mit. Ach, Mist. Dann haben wir schon mal Tinte. So. Hier war noch einer. Ist ja hingeschwommen. Hm. Da haben wir schon mal eine ganze Menge gesammelt. Und das müsste uns ja ausreichen für... Oh, ich hol' ich mir noch. So. Das müsste ja erstmal ausreichen für unsere Zaubertische. So. Erstmal hier noch ein bisschen Tinte. Und jetzt zurück zu unserem Fort Knox hier. Wir sind zwar noch nicht gegen Monster geschützt, die von oben runter fallen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut geschützt. Aber mir gefällt das noch nicht so. Ich will das, glaube ich, noch ein bisschen schöner bauen. Vielleicht irgendwie mit Glas. So. Jetzt mal gucken, ob wir Holz haben. Wir haben hier 64, da sind 32. Das reicht mir auch erstmal. Jetzt mal hier hingucken. Schön schnüllen. Ein bisschen Papier gemacht. Papier. Oh, hoffentlich haben wir Leder. Das könnte jetzt am Leder scheitern. So. Noch einmal Papier. Hoffentlich haben wir noch Leder. 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 Hier zum Glück haben wir noch Leder. So. Machen wir erstmal Bücher. Da kommt das Leder hier unten hin. Und oben drüber kommt dann jeweils Papier. Da sind schon ein paar Bücher gesammelt. Gibt es noch mehr Leder? Gibt es noch mehr Leder? Also hier müsste auch noch Leder sein. Ne, das sieht schlecht aus. Mal bei den Kollegen gucken, ob die noch Leder gesammelt haben. Leder, 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 Leder. Und in meiner Kiste. Hier sieht es auch schlecht aus. Aber wir kommen damit vielleicht schon mal weiter. Wir legen mal das hier oben hin. Dann machen wir hier einen auf den. Und wir legen hier Redstone hin. Und wir bekommen keinen Zaubertisch. Aber das ist das Rezept vom Zaubertisch. Ne, das war gar nicht Redstone. Das waren Diamanten. Genau. Wie komme ich denn auf Redstone? So, Zaubertisch. Erfolg erzielt. Verzauberung. Verzauberer. So, dann müssen wir noch ein paar Bücher machen. Dafür legen wir das Buchzeug in die Mitte. Und hier oben und unten kommt Holz hin. So, und dann hier nochmal so. Dann haben wir schon mal 15 Bücherregale. 15 Bücherregale ist schon mal super. Und ich würde sagen, das hatte ich mir so ausgedacht. Wir machen, das soll ja unser Pool werden. Das ist natürlich hier mit unserem Treppenabgang ein bisschen blöd. Aber ich habe mir so ausgedacht, wir machen einfach mal unser Zauberhäuschen hier rein. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie das Ganze denn aussehen muss. Und zwar soll es hier eine Tür geben. Wir gehen hier einmal durch. So, und das ist dann der Raum. So, jetzt muss ich überlegen. Und zwar soll das folgendermaßen aussehen. Hier kommt man, hier ist die Tür. Man kommt hier rein. Hier stehen dann Bücherregale. Und dann muss da der Zaubertisch hin. Ich stelle den jetzt schon mal auf. Da kommt der Zaubertisch hin. Hier stehen Bücher. So, dann kommen hier außenrum überall Bücherregale. So, und da entlang. Und auch hier drüben. Und hier unten, das muss noch weg. Dann hier. Eigentlich das auch noch. Und das noch. So. Was ich jetzt vergessen habe. Ja, wir haben noch keine Clawstones. Wir müssen später hier noch einen Clawstone drunter legen. Jetzt stellen wir erstmal ein paar Bücherregale hier auf. Und stellen fest, das war falsch. Die gehen natürlich jetzt beim Abbauen kaputt. Das ist doof. Da müssten wir irgendwelche Waffen haben mit Behutsamkeit, um die abzubauen. Und Behutsamkeit haben wir momentan noch nicht. So, ich mache jetzt mal ein paar Fackeln hier rein. Damit wir hier überhaupt was sehen. So, und das ist ja jetzt irgendwie neu. Man muss ja jetzt hier irgendwie, wenn ich jetzt was verzaubern will. Dann hat sich das Zaubersystem ja jetzt hier komplett geändert. Ich habe jetzt hier zwar das, aber ich muss jetzt irgendwas dazu legen. So. Ein Lapis. Und das hier ist dann Stufe 18. Aha. Gut. So. Erstmal zur Wert von der Kiste. Da legen wir mal die ganzen Sachen hier rein. Auch das Papier würde ich mal da reinlegen. Hier ist noch ein bisschen rohes Fleisch. Und was können wir denn noch hier mitnehmen? Wir könnten den Ton schon mal brennen. Den auch. Den auch. Was liegt denn noch hier drin, was noch verarbeitet werden muss? Ah. Mal gucken. Mal gucken. So. Dann können wir schon mal verarbeiten, was jetzt mal verarbeitet werden muss. Nämlich hier den Ton schon mal reinlegen. Oh. Hier auch Ton. Dann können wir nämlich Ziegelsteine machen. Und hier. Okay. Also gibt es mal Punkte. Ding. Und hier hat man ein bisschen Fleisch. Das kommt in die wertvolle Küste. Die Baustoffkiste ist ja hier. Da kommen die Sachen rein. Und für mich auch wertvolle Küste kommen auch Bücher rein. Zwei Zaubertische habe ich falsch gebaut. Was passiert denn jetzt, wenn ich die abbaue? Da kommen glaube ich nur Bücher raus. Nämlichstens die Bücher haben wir wieder gekriegt. Das ist nicht so schlimm, weil die kaputt gegangen sind. Weil Holz haben wir ja noch da. Ah. Hier ist noch Holz. Dann baue ich jetzt einfach nochmal zwei Tische. In die Mitte. Und außenrum jeweils Holz. Und wir bauen. So. Das Holz kommt wieder hier unten rein. So. Dann können wir das nämlich hier noch fertig setzen. So. Dann haben wir jetzt hier schon... Ach, ich konnte eben nur Level 18 machen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich noch nicht mehr Tische habe. Das heißt, wir müssten jetzt noch Leder besorgen, oder? Wo drin ist es gescheitert? Leder. Dann müssen wir eine Lederexpedition machen. So. Es wird langsam dunkel. Und wo ist mein Pferd? Da oben. Da gibt es ja noch den Nachteil, dass wir mit dem Pferd hier nicht rauskommen. Aber da gibt es vielleicht einen kleinen Trick, den ich von der 164 noch kenne. Und zwar machen wir uns jetzt Half Slabs. Also halbe Stufen. Ich mache das mal hier mit. So. Da gibt es zwölf Stück. Das reicht dann erstmal aus. Dann gehen wir mal hier oben hin. Machen das weg. Und setzen die hier rein. Und das müsste man eigentlich auch hier hinkriegen. Können wir auch mal hier weggraben. Dann können wir nämlich mit den Pferden auch rausreiten. Oh, hier fehlt die Decke. Da müssen wir erstmal zumachen. Dann hier. Ne, der muss weg. Erstmal Creeper-Check machen. So. Und jetzt hier oben kommt Holz rein. Tür zu mir. Ich komme gleich zu dir. So. Jetzt haben wir ja hier unsere Kiste mit den ganzen Baustoffen. Da legen wir es mal rein. Futter habe ich dabei. Stöcke. Stöcke, Stöcke, Stöcke. Stöcke, Stöcke, Stöcke. Stöcke, Stöcke. Stöcke, 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 Stöcke. Ich brauche nicht so viele. Das ist jetzt Ton hier. Ach, wir machen einfach mal ein paar Stöcke. So. Ne, komm mit. So. Und dann holen wir uns hier Kohle. Und machen wir uns erstmal ein paar Fackeln. So. Das ist ja, soll erstmal ausreichend dann. Hier zwei Stacks nehmen wir uns mit. Das tun wir mal in die Kiste. Das auch. So. Ich habe jetzt Spitzhacken. Ist ein bisschen knapp. Spitzhacken ist ein bisschen knapp. Und ich würde sagen, wir nehmen uns nochmal. Jetzt habe ich keine Stöcke mehr. Mist. So. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal eine aus Diamant mit. So. Jetzt kommt in die wertvolle Kiste. Und hier drüben kommt das rein. Und jetzt können wir loshalten. So. Wo ist mein Pferdchen? Da oben. Yippieayay Schweinebacke. Ne, wir wollen in die Richtung. Und zwar machen wir hier mal auf. Und auch wieder zu. Jetzt reiten wir an dem Creeper einfach vorbei. Yippie. So. Hier hinten war irgendwo das Dorf. Was wir gefunden hatten. Da ist ein Tempel. Trockenen Fußes. Wir haben leider hier. Ah. Ich muss hier mal eine Brücke bauen. Hier fehlt echt eine Brücke. Nein. Nein. Ah Mist. Hier fehlt eine Brücke. Ach Mist. Komm rüber. Ja. So ein Mist. Das ist voll gefährlich hier. Mal weglaufen. Wo ist mein Pferd? Ich muss erstmal was essen. mal weglaufen. Oh die sind ja echt überall. Menschenskinder hier. Oh das war knapp oder? Das war knapp. Ah ja. So halbwegs haben wir das überlebt. Mal weglaufen. 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 spricht und hier sind aber Kühe und Spinnen und Creeper eigentlich ist es hier ganz cool also hier würde ich gerne mal absteigen die müssen wir uns jetzt allein in Folge nach hier vornehmen so jetzt hier Kühe denn wir brauchen das Leder mal gucken ob wir noch mehr Kühe finden bei diesem schönen Wetter eigentlich sollte hier irgendwo das Dorf in der Nähe sein ich weiß nicht mehr wo wir das gefunden hatten das war gar nicht weit weg ich bin ja mit Nenos das letzte Mal nur so ein paar Minuten durch die Gegend gelaufen und schon waren wir bei irgendeinem Dorf guck mal her Ferdi so wir reiten noch mal hier hinten in die Richtung denn das war gar nicht so weit weg das war gerade um die Ecke so hier sind Schafe 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 das war doch direkt hier um die Ecke kann ich da ist der Tempel und es ist ja schon wieder ein paar Tage hierher das ich hier gespielt habe deswegen weiß ich das gar nicht mehr wir reiten jetzt einfach mal ein Stück in die Richtung so richtig falsch sein kann es ja nicht und dann gucken wir mal ob wir hier das ist ja da Kühe tut mir leid ich brauche euer Leder wir müssen auch ganz dringend etwas essen blumen nehmen wir aber mit alles mitnehmen was wir so finden so wo ist Ferdi wir müssen hier durch da ist noch eine Markierung von von Nenox so können wir gar nicht so weit weg sein ich glaube wir sind jetzt einmal im Kreis geritten da ist noch eine Nenox Markierung hier müsste doch irgendwo dieses Dorf sein ich reite noch mal hier hinten entlang irgendwo war das wir sind ja nur so ein bisschen durch die Gegend gestopft und haben gleich ein Dorf gefunden und da habe ich ja noch gesagt jetzt sind wir gleich jetzt sind wir fünf Minuten unterwegs und haben schon ein Dorf und sind voll beladen das war gar nicht so weit weg von unserer Basis jetzt fragt euch bestimmt was will er jetzt schon wieder in dem Dorf das haben sie doch schon erkundet ja aber wir hatten in dem Dorf eine Kiste aufgestellt mit Sachen die wir da ausgelagert hatten und die will ich gerne holen aber ich weiß echt nicht mehr wo es Dorf ist so hier ist der Tempel den wir gefunden haben so ich will auch nicht dass das Pferdchen sich verletzt ich glaube hier durch das 1 Tiefe können wir glaube ich hier durchreiten hier drüben hin und da ist noch eine Markierung von Nenox und ich glaube das ist unser Berg das ist unser Berg und dann sind wir hier hinten irgendwo entlang da ist auch eine Höhle im Berg ich glaube das war hier entlang aber hier kommt jetzt nur Wüste und ich kann mich jetzt gar nicht erinnern dass da Wüste war wo dieses Dorf ne das Dorf war irgendwo wo da war das Dorf ist irgendwo auf einer grünen Fläche es war am Wasser und es war grün wir reiten glaube ich mal hier hoch so hier ist unser Berg da sind wir fast bei unserer Basis vielleicht sind wir hier hinten in die Richtung mal hier hoch reiten der Vorteil ist natürlich jetzt sind wir durch das Pferd sind wir jetzt wesentlich schneller das Pferd ist ja auch noch gut dabei jetzt sind wir natürlich wesentlich schneller und haben nicht so das Problem dass wir von den Monstern gejagt werden können so hier ist wieder Wasser oder? näher kommen wir rüber okay scharfe versuche ich jetzt mal so ein bisschen im die ist eine Kuh na gut nehmen wir die mit ja wo war dieses Dorf? oh achte mehr so auf den Hintergrund nicht so auf den vordergrund deswegen falle ich alles in diese Löcher rein so hier ist noch eine Kuh Pferdchen ich glaube ich muss mir nochmal im Off das Video angucken wo dieses Dorf war weil wir sind ja innerhalb von kürzester Zeit bei diesem Dorf gewesen und ich habe echt keinen Plan mehr wo das Dorf war und ich würde sagen ich reite mal ein bisschen hier durch die Gegend und schaue mich mal ein bisschen um und wenn ich in dem Dorf angekommen bin das ist jetzt erstaunlich ich bin ja bei meiner Basis naja ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge und dann versuchen wir das ganze nochmal zu unserer Basis zu kommen bis dann tschüss